Ein Heuling in der Kuba-Serie. Auch hier in der Kuba-Serie. Der 16 ist jetzt auch Fahri. Kamerakind Reinhardt. Hät alles fest. Ich meine, die anderen sind alle schon da gewesen. Es läuft wie immer. Ich glaube, volles 16er Feld. Lacht mal ist reich. Ich rufe die paar Wochen wieder auf, damit man die Verbreitung wieder reinholen. Es geht los mit Hoffmann gegen Meckelein. Oh, begeistert. Dann, nachschauen wir kurz wie im Fern. Acki gegen Stürme. Dann, auch ein ewig junges Duell. Viering gegen Rosenberger. Dann ein Duell, das vorhin auch schon häufiger war. Die Wähl. Prechtesbauer gegen Weiß. Dann auch ewig jung. Steinbrecher gegen Hess. Dann, Liebchen gegen Reus. Zwei Glopfer. Dann, Ulrich gegen Füller. Und dann, Scheer gegen die Katze. Viel Spaß. Boah! Das ist wild. Jetzt doch nicht gleich. Bitte? Bitte? Ja.